Ja, nach den letzten Tagen, die echt ganz schön krass waren, bin ich jetzt hier mal wieder in meinem Ruhrpol im Studio und dachte ich, ja, such mal ein paar Töne für mich raus, ein paar Kords und nichts Großes, aber ich spüre euch mal ein bisschen was, was ich, ja, vielleicht einfach gerade innerlich so ein bisschen fühle, ein bisschen cheesy und, naja, ihr hört schon selbst, ja, könnt ihr mir sagen, was ihr davon haltet. Georg, was geht, Alter? Also, was machst du jetzt, Alter? Ich wollte ja gerade mich ein bisschen mal entspannen im Studio. Ich fahr jetzt, wir fahren jetzt los, ich hol dich in 10 Minuten, ja, wir fahren zu Thorsten Vogels. Was ist jetzt mit Thorsten Vogels? Ja, ich hab, ich hab jetzt, ich weiß wo, wir fahren jetzt hin, wir sprechen jetzt mit dir, dann ist er am Start, okay? Oh, Georg, total psycho, nee, Alter, ähm, wie ist der jetzt, will das jetzt so scheiß Hollywood filmen oder was? Weiß dich zusammen, zieh dir die Schuhe an, ich bin gleich da, ciao, bis gleich. Fuck, shit, sorry, ähm, ihr habt gesehen, ich muss los, wir sehen uns in den nächsten Tagen, macht's gut.